jetzt mal die erste strafe die es gibt halt one for one ist halt wenn du mit einem treffer weiterspielst wird ein mitspieler gezogen der bei dir in der nähe steht beim x-ball ist es dann so wäre ein automatic point wenn keiner mehr da schaut in automatic da bin ich mir jetzt selber nicht so sicher ansonsten wäre halt auch ein two for one machbar und kicken ob ich hier irgendwie input habe ansonsten halt wegen wischen gibt es two for one und vibing wäre du bist eindeutig out geschossen aber ziehst noch mal rum und schießt nach und dann gibt es automatic so bei primo piept die zeit dann geht es wahrscheinlich hier gleich rum ja da ist gerade stunk in der burze da ist glaube ich jetzt gerade ich glaube ich glaube das ist auch ab mit los canales in einer box zusammengeprallt und da wird immer noch diskutiert über das letzte spiel da habe ich nichts kaputt gemacht also mein facebook-chat der lebt gerade er hat sich gerade ein bisschen geschossen also wenn ihr da gerade was schreibt kann ich jetzt nicht gerade einsehen primo du piepst die zwei minuten sind anscheinend weil die bombe tickt hier unter uns die spain jetzt ist die spain ja ja 10 10 10 10 10 10 10 Die G1. Er reagiert nicht. Jetzt gibt es die 1-Songer bei Ivy. Auf G2, Biotheams mit 3 und da geht der nächste, der Snackhawler von Rebus. Rebus macht zu zweit gegen 3 Ibiler in der Snack. Ib macht das Feld breit, aber Rebus hat den T-Pack-Spieler verloren. So, Ib jetzt auf C-Pack 1, 4, 6, 2, äh, Biotheams mit dem Tempel und kleine Maya ist jetzt raus. Ib holt anscheinend jetzt den Punkt erstmal in einen, da mache ich mal kleine Striche. So, erstmal nochmal nachlesen. Ja, der Punkt ging an Los Canales, gegen Ib, das Spiel vorher. Ib geht was an? Ja. Genau, Michel. Da müssen sie noch ein bisschen feiner beiläusten. Der ist von euch, oder? Keine Ahnung. Hat er geguckt, da war Vögelchen mit gebildet. Ich kann mir ja noch mal da auszupen. Moin Malio! Du siehst du, da ist am USA ja. Futs! So, Ib geht Pötte sammeln, Marshalls putzen und noch ein bisschen die Deckenrunde. Okay. So. Gucken wir mal, gucken wir mal. Hoppala. Drei Minuten. Drei Minuten noch. So. Ja, wenn das Pünktchen entweder Übers holt jetzt nochmal einen Punkt und gleicht aus auf 1,1. Ansonsten wird 2-0 Ib, wenn die das Ding jetzt durchziehen. Und dann haben wir das letztes Spiel, Paint Off gegen Los Canales. Und dann bauen wir ab, fahren nach Hause, schmeißen uns an den See und lassen uns verbruzeln. Und verbruzeln Fleisch auf Grill. Tja, ich muss nicht noch böse Strecke fahren, wo viel Wasser. Es tut mir very sorry. Ja, ja. Ja. Dein Mitleid kann ich nicht machen. Okay. Zurückgezieht. Das ist nicht mein Problem. Wer nicht habe Mitleid, der kriege nichts Mitleid. So, Ib hat einen Punkt geholt. Starten jetzt von links. Revers von rechts. Oh, noch eine gute alte I3 hier. Eine Minute. Eine Minute noch. Das habe ich nicht mitgekriegt, Patrick. Weil die Spielzeit wohl runtergelaufen war. Ja. So habe ich es gehört. Und deswegen gab es keinen weiteren Punkt. Ja. Deswegen. Also. So hat mich das vernommen gerade eben. Der I3. Wer weiß ich? Jo. So. Gleich gehts wieder Ramba Zahmbär. Oh, gleich kommen die Ten. Da wird noch mal das Beinchen geputzt bei Ib. 10 Sekunden. Ib wieder Richtung T-Pack Corner T-Pack. Snake Run. Game is on. Und da rennt da in die Snake. Und wieder sehr aufrecht. Und böser in die Rasse ist im Boden. G1. Regers. Und noch Tempel. Beide Maiars. Neck vorne. Ib in T-Pack 1. Der Snake bei Ib ist raus. Aber Regers. Einer. Und er liegt in die Snake 2. I3. T-Pack 1. Tempel. Beide Maiars noch. I3. Jetzt ist sie noch ein bisschen. Ach, der Mann. Schauen wir mal. Tempel von Mirrors versucht sich den Weg frei zu machen, was aber in die T-Packs vorkommt. Ja, T-Pack ist raus. Tempel gegen Tempel. Maiar gegen Maiar. Einer. Dritt. Ja. Ib hat aber auf T-Pack 1-8 gesetzt. Und da gab es voll in die Fresse. Hedgehog. Da ist der Maiar-Spieler. Da ist der Maiar-Spieler von T-Pack. Oh. Oh. Willer ist sehr breit. Und da ist er aus. Da ist er raus. Oh. So. Slag 50. Slag 50. Slag 50 besetzt und der T-Pack 1. Oh. Ib ist schon. T-Pack 4. Slag 50 besetzt von Ib. Ib drückt ihn jetzt. One and one. One and one. Oh. Oh. Super gemacht. Und nicht über die Outlights. Hehehe. Hehehe. Jetzt wegrutschen. Stopp. 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 Tja. Tag Christian. Aussichtbar ist ein Punkt. Ja. Da würde mich dann gleich mal die Rest-Spielzeit interessieren. 2 Minuten 6. Ja. Gut. Rest-Spielzeit bei dem Game dann 2 Minuten 6. Also da kann Rebels noch ganz entspannend den 2. Punkt holen. Und 3 Minuten. 3 Minuten. Ich würde dafür mal sagen. Thomas bereite mal für die 3 Minuten bitte einen schönen Trailer vor. Danke. So. Ja. So. Thomas bereitet euch ein kleines Schmankerl vor. So. Das gleiche. Ne. Stopp. Gut. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz in Commercial für euch. So. Mats. ist. Töne Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Eine Minute. Eine Minute noch. Immer noch. Und ich glaube mal, Unix haben sich schon umgezogen, stehen am Grill, futtern und dann geht die Heimreise wieder los. So, denn wir haben dann nur noch ein Spiel und das ist gleich auf dem Lost-Kanal. Alright, wird so unterschiedeln. Oh, Legscreen. Was ist denn da kaputt? Oh, oh, oh. Sag noch mal die rechte Spielzeit. Äh, Thomas bei mir. Ja, ja. 2 Minuten und 6 Sekunden. Oh, nein. Passt. Und da ist die Box zu sehen. 10. 10 Sekunden. Reverse links, Ivy rechts. Und Reverse mit dem Runner entweder Richtung T-Pack oder T-Pack Corner. Ja. Tempest weg eins gesetzt. Maja als Kurs und Maja. Stehen die Dentes, beide Teams. Aber Reverse setzt. Oh, ey. Da hat der Maja Spieler von der Gegend schön aufgepasst und den Kanal zugemacht. Ja. Ivy noch komplett reverse. Nee, Ivy verliert einen T-Pack Spieler. Aber wurde direkt nachgesetzt. Ja, und da geht der T-Pack Spieler, der nachgesetzt hat, auf. Also Ivy nur noch zurück mit Snake zwei, beide Maja. Und zwei Kanonenspielen hier runtergelandet. Anscheinend die Mitte kriegt. Und die Snake ist raus. Also beide Maja sind dann nur ein Maja Spieler. Macht hier schön auf der T-Pack Seite zu. Ja. Ja, das Geniale ist hier die beiden Kanonen auf der T-Pack Seite. Die ballern einfach runter. Und die Ansage wird aber auch irgendwie von den beiden Maja Spieler nicht weitergereicht. So, die Jungs spielen hier einfach die T-Packs runter. So, jetzt der Tempel. Langsam weiter raus. T-Pack eins geht jetzt auf T-Pack zwei. Outball. Oh, jetzt gibt's die One-For-One, oder? Da kommt der Karasch und One-For-One. So. Zwei gegen zwei. Ne. Maja's. Maja's gegen Maja's. So, jetzt geht Reverse über die Snake eins. Über die M-Can. Und hackt aber aufs M. Letzte Minute, letzte Minute. Oh, aber die Snake ist auch raus. M gegen Maja. Oh, jetzt muss er hier machen. Und jetzt schnell rennen. Und nicht über die Outlines. Jawohl. Jetzt muss er noch sauber sein. Ja, Basti, danke für das Kompliment. Hört man gerne. Wir sind ja noch öfters zu sehen dieses Jahr hier. Und der Punkt geht an Reverse. Jo. Kommt Reverse, head over. So. So, der Punkt geht an Reverse mit ein 2-1 gegen IB. Und jetzt sind wir am letzten Spiel des Tages. Paint-Off gegen Los Canales Berlin. Checkt das ein. Wir haben gekackt mal. 11 oder 30. Jo. Also sind wir, sagen wir mal, gegen Viertel vor zwölf durch. Das heißt, drei Viertel. Boah. Nächstes Spiel. Paint-Off Los Canales. Drei Minuten. Nee. Hahaha. Sie nennen sich Süß in der Rochse. Jo, jo. Ich freue mich. Ja, Moment. Ja, das Millennium-Regelwerk findest du auf der DPL-Online-Seite. Da kannst du dich über alles informieren. Das ist schön aufgebaut. Da ist dann auch aufgebaut mit Regelwerk. Und da kannst du gerne. Guck dann rein und dich total informieren. Ansonsten einfach mal im Hub oder PB Portal reinschreiben. Da werden dir dann auch nochmal Frage B antwortet. Juhu. Yeah. Oh, Paint-Off links. Los Canales rechts. Ja, Paint-Off. Fehlt gerade einer. Boah. Irgendwo bleibt der fünfte von Paint-Off. Da hat er sie irgendwo fast. Hey. Der steht da an dem Netz. Äh, an dem Netz. Ja, ich hab hier voll Betonpfeiler vor Nase. Weißt du, ja? Tag, Tobias. Schalt das ja richtig ein zum letzten Spiel. Wir machen hier gleich Feierabend. So, letzte Game. Noch kein Punkt. Noch die komplette Zeit da. Gleich jetzt los. Ja, äh, bei eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spielen. Hehehe. So weit hab ich in der Schule keine Selbstlinien zählen dürfen. Erst überlegen, dann sprechen. Was er wolle. Eine Minute. Oh. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Tja, deswegen auch mal wieder Hitze ohne Zucker. Das ist nicht schlecht. Das ist nichts gut. Siehst du, mein Rucksack ist nicht hier. Da hätte ich dir sonst ein Ischoko Großhof anbieten können. Ich esse gleich eine. Nur eine? Nur. Hey, ich hab Hunger. Das ist Frühstück. Grillfrühstück. Das ist doch voll pornös. Der Mob aus dem Wald. Der Neandertaler. Zehn Sekunden. Neun. Ach. So, los kann alles. Genauso wie ein Paint-Off mit einem Snake-Run. Oh, da gucken die Marge jetzt nochmal, dass die Läufer alle an der Base sind. Und da geht es. Oh. So. Run in Keyback 1. Paint-Off, Keyback 1, Snake 1, Sample. Beide Marge gesetzt. Und dasselbe bei Los kann alles passt. Nur das ist in den Center. So. Los kann alles. Läufer noch im Keyback 1. Und für die Wortmeldung geht die Marge 1 weg. Paint-Off noch im Keyback 1. Macht aber ordentlich Papierlerer aus da draußen. So. Snake 1 von Paint-Off ist kurz nach vorne zu starten. Er ist schon sehr weit über dem Mini-Emp. Und der Test von Los Canales geht in den Keyback-Oder. So. Aber der Spieler hier von Paint-Off müsste echt hoch passen. Weil wenn der Keyback-Spieler jetzt einmal rumrappt, dann kriegt er die Maja. Los Canales jetzt Keyback 2. Und am Fuß, aus. Los Canales hat den Center verloren. Los Canales, Keyback 2. Keyback 2 auch aus. Los auf die Maja. Und jetzt kommt der Run über die Keybacks. Geht über die 6. 6. 50. Und... Mann! Hat er nicht getroffen? Nee, aber da kommt er rüber. Und hat er nicht getroffen? Nee. Tja. Ja. 1, 2, 3, 4. Paint-Off. Sehe ich. Das war jetzt ein kleines Massaker. Ja. Man muss auf den Drehorträger drücken. Den Drehort drücken. 5, Paint-Off. 3 Minuten. Dann macht das dann RAPAPAPAPAPANG. Genau. Und dann werde der andere Spieler hoffentlich eigentlich normalerweise bunt mit Farbe. Nicht schwarz. Schwarz, weiß, langweilig. Oh Gott. Steckst deine Hand. Ich weiß. Ja, ja. Du bist alt oder weg. Da wird schon um Putzmaterialien fürs Feld von den Marshalls gebeten, dass sie hier auch einfach mal schnell die Mumpeln, die hier heute übers Feld sind, irgendwo in der Ecke pusten. Das ist ja nicht so viel aus. Nee. Das werden nicht gewesen sein.